Ja, richtig. Freunde, hier ist der Mann der guten Laune und hier ist die Ruppe, die richtig Einheit in Wolmaringe. Die Letzter Tod aus Hengstet. Das ist so arschgeil, wenn ihr die spielen seht. Freunde, kommt vorbei. Das ist der Hammer. Das ist Guckenmusik. Das ist Fast & Fur. Wir hauen rein. Und wir rufen jetzt alle gemeinsam Letzter Tod aus Hengstet. Und was tut man hier im Land? Das ist natürlich bekannt. Wir wünschen uns alle gemeinsam eine glückliche Masse, Freunde. Und einen Gruß an Dr. Heinz von Ragnos. Also Freunde, ihr habt es gehört. Bleibt dieses Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen da an. Ansonsten ist mir das liebsten, putzen, scheißen, egal. In diesem Sinne noch einmal auf die Letzter Tod. Ein dreikräftiges Letz Tod. Letz Tod. Letz Tod. Letz Tod. Und er muss auch noch sein.